Hallo, mein Name ist Diana Achtzig. Herzlich Willkommen zum Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 112. Und heute haben wir das Thema Kunstakademie. Interview mit Julia Gratzky-Blattner. Sie wird uns heute Einblick geben in ihr Kunstakademie-Studium und auch über ihre Kunstprojekte sprechen, die sie nach ihrem Studium als Absolventin der 80 Kunstakademie Berlin absolviert hat. Herzlich Willkommen und ich beginne gleich mal mit der ersten Frage. Wie lange hast du bei mir in der Kunstakademie in Berlin studiert? Ja, hallo, ich habe bei Diana Achtzig vier Jahre und zwei Monate studiert. Ja, wie warst du zufrieden mit dem Unterricht, weil du hast ja schon innerhalb des Studiums, als du noch angefangen hast, ja schon die ersten Werke verkauft. Ja, ich war sehr zufrieden, weil, wie gesagt, ich habe viel gelernt, besonders beim Porträtmalerei und ich habe schon viele Bilder verkauft. Das waren zwar Zeichnungen, erotische Zeichnungen, aber ich bin zufrieden. Ja, würdest du denn die Kunstakademie an andere Studierende und interessierte Künstler weiterempfehlen? Ja, ich würde das natürlich weiterempfehlen, weil die Akademie auf höherem Niveau ist und Diana ist immer bereit, zu helfen, besonders wenn etwas nicht klappt. Ja, manchmal bei jedem ist es so, bei jedem Schüler. Und sie ist immer hilfsbereit und das ist wichtig. Okay, danke für so viel Lob. Ja, wie war denn deine Abschlusszensur? Meine Abschlusszensur war sehr gut oder eins. Ja, wie sieht denn dein nächstes Kunstprojekt deiner Zukunft aus? Ich möchte endlich meine Webseite eröffnen, wo ich kann auch Bilder verkaufen, nicht nur auf Ebay, sondern andere Plattformen suchen. Zum Beispiel, ich möchte Bilder bei Singular verkaufen und dann entwickle ich mal weiter und es wird bestimmt noch was kommen. Okay, wie sind denn deine Erfahrungen bei Ebay? Kannst du dazu ganz kurz was sagen? Bei Ebay, ich finde, das ist eine sehr gute Plattform, da kann man alles verkaufen und zwar nicht, naja, okay, nicht auf so große Preise erzielen vielleicht. Aber für, das passt für jeder, das passt für einfache Anfänger und sogar für andere Künstler, welche schon entwickelt sich mehr oder so zu sagen. Das passt für jeder. Also muss man so ein bisschen länger dabei bleiben und länger einstellen und so ein bisschen, was machen da immer, ja? Aktiv sein. Genau, ein bisschen länger dabei sein, aktiv sein und Fleiß, ohne Fleiß kein Preis. Okay, gut. Welche sind denn deine Vorbilder in der Ö-Malerei? Meine Vorbilder sind Künstler solche wie Van Gogh, ist mein Vorbild. Seine expressionistischen Gemälde inspirieren mich sehr gut. Paul Gauguin. Gustav Klimt finde ich auch sehr interessant, zum Beispiel seine goldene Adele, das ist sehr abstrakt und realistisch. Es ist in einem sozusagen, kann man realistisches Gesicht erkennen und trotzdem abstrakter Hintergrund. Ich finde, das ist sehr interessant, weil so eine Mischung abstrakt mit Realismus zusammenhängt. Und expressive schöne Farben gefallen mir so natürlich auch. Ja, kannst du noch was zu deinem Konzept und deiner Intention in deiner Malerei sagen? Und vielleicht ein bisschen ausführlicher zum Abschluss. Kunstkonzept, okay. Das ist natürlich erotische Malerei mein Konzept ist und zwar dient auf Porträtmalerei. Besonders auf die Gesichter. Ich male mit Aquastiften oder Acrylmalerei, Entschuldigung. Ölmalerei finde ich besonders gut, dauert aber länger, aber ist wie gesagt die Bilder für die Ewigkeit. Und ich entwickle mich weiter. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Ideen und vielen Dank. Ja, das dazu. Ich bedanke mich herzlich für das Interview und würde mich über Likes freuen, über Abonnements meines Kanals und auch über E-Mails. Und gleichzeitig würde ich mich darüber freuen, wenn ihr diesen Link von dieser Podcast-Folge auch an eure Freunde, Bekannte oder an weitere Künstler verschicken könntet. Weil die sind ja vielleicht auch interessiert, eine gute Akademie zu finden, wo sie Malerei und freie Kunst studieren können. Ich bedanke mich herzlich fürs Interview und gebe nochmal an meine Julia zurück mit einer Verabschiedung, dass sie das letzte Schlusswort macht. Vielen Dank, liebe Diana. Ich werde dich nie vergessen, diese Erfahrung, die ich bekommen habe, das ist wie gesagt, das lohnt sich. Dann natürlich empfehle ich weiter anderen Künstlern, egal ob Junge oder schon ein bisschen Erfahrene, bei dir kann man immer was lernen. Vielen Dank.